Hallo! Schön, dass ihr wieder da seid. Beim letzten Video oder die Videos davor habt ihr ja gesehen, wie wir mal so einen Hänger schön von Holz machen. Jetzt zeigen wir euch mal, wie wir so einen Hänger abladen. Das geht nämlich ganz einfach, dann nutzen wir Technik. Wir nehmen hier den Kipper, der kippt gleich. Das werdet ihr sehen und danach nehmen wir den Bagger und damit stapeln wir das so wie da auf. Beziehungsweise die Stämme ziehen wir einfach raus. Bleibt dran, ich hoffe ihr habt Spaß und wenn es euch gefällt, Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen. Also, da sehen wir uns auf einmal an, den Bagger passa. Jedenfalls in die Baggerwegung mit einer Baggerung. Ich wünsche mir viel Zeit und ich ne die Baggerwegung mit der Hände durch die Baggerzone. Ich wünsche euch einen Bagger Schuss mit Faden und der Baggerwelle. Schrauben wir einen Bagger weg zur emaileden. Dann können wir ein Gericht auf die Bagger. Wir wünschen euch ein kleines Faden. So weit geklappt. Mit dem Abladen hier, die Stämme sortieren wir jetzt nach drüben, da gehen wir jetzt gleich hin und das andere sortieren wir oben auf den Haufen. Aber kommt mal mit, ich zeige euch mal, wie wir das jetzt machen. Wir gehen jetzt zum Bagger und den holen wir raus, da haben wir vorne eine Greifzange und mit der können wir eigentlich die großen Stämme, ihr seht das jetzt hier vorne, da schön hinpacken und ja, fahrt mal einfach eine Runde mit, würde ich sagen. So, einmal vorglühen, glühen, glühen, glühen. So, einmal vor allem. So, one. So, two. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020